Guten Tag liebe Freunde. Am 11. März 2021 fand in Binz eine Veranstaltung gegen den Bau des LNG Terminates statt. Es waren schon eine Menge Leute da, aber leider muss man sagen, dass sich die Gruppen spalten. Das heißt rechts, links, grün, rot, was weiß ich. Jedes Gruppchen macht seine eigene Veranstaltung und dadurch wird die Kraft, die gesamte Bewegung, schon stark gemindert. Also ich würde es gut finden, wenn alle sich zusammenschließen und eine Veranstaltung machen. Sonst schlägt die ganze Sache wieder ein. Und wir haben dieses LNG Terminal in ein paar Jahren vor unserer schönen Füste. Danke. реht Osw. Was ist für ein Bock? Sch集 dann aus dem魚?